Hallo und herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, hier ist wieder euer Guti mit einem weiteren Video zu God of War und zwar geht es hier heute um die ersten beiden Updates zum Spiel, direkt zum Release gab es schon im Patch 1.10 und jetzt wurde nochmal nachgeschoben der Patch 1.11, die Änderungen sind jetzt nicht so gewaltig, aber es sind nützliche Kleinigkeiten auf alle Fälle, die doch eine Beachtung wert sind. Zum einen, was ich gar nicht beurteilen kann, ist eine Anpassung der allgemeinen Spielökonomie, sprich wie teuer Items im Laden sind, wie viel XP ihr dafür ausgeben müsst, wie viel Silber ihr dafür ausgeben müsst, das wurde anscheinend nochmal überarbeitet. Gut, wie gesagt, da fallen mir leider keine Vergleichswerte ein, ich hatte natürlich vorm Update 1.10, weil das ja fast direkt zum Release kam, kaum gespielt, um da jetzt Unterschiede wirklich messbar zu haben. Dann gab es natürlich weitere Bugfixes und Verbesserungen und sehr wichtig natürlich auch für Leute, die Untertitel nutzen, dass jetzt bei den Untertiteln auch der Name desjenigen davor steht, der das gerade spricht, damit man dann doch die sehr umfangreichen Dialoge auf alle Fälle gut nachvollziehen kann. Was auf alle Fälle auch sehr, sehr schön ist, weil das ist mir persönlich auch aufgefallen und zwar vor dem Patch 1.10 war es so gewesen, wenn man ein Item gefunden hat und das sich direkt anschauen wollte, war das nicht möglich. Man konnte es nur direkt mit Quadrat ausrüsten. Das haben sie jetzt überarbeitet so, dass man jetzt direkt zu dem Item innerhalb des Inventars springt und dann dort mit erstmal mit dem Ausgerüsteten vergleichen kann. Das war ganz, ganz wichtig wirklich, weil es war so ein bisschen nervig, da hat man was aufgehoben, musste erst selber ins Menü hinein, um dann vergleichen zu können, ob es sich lohnt denn den entsprechenden Gegenstand auszurüsten. Also da hat Patch 1.10 auf alle Fälle ein paar schöne Sachen gebracht. Dann haben sie noch natürlich in den Optionen bei den Einstellungen zum Glück endlich unter Grafik den Grafikmodus ausstehen. Der stand also vorher unter Kamera, da war er irgendwie relativ sinnlos. Ich habe das ehrlich gesagt auf meiner PS4 Pro gar nicht gefunden. Ich denke, wo kann ich denn hier bitte schön den Leistung bevorzugen oder Auflösung bevorzugen Modus auswählen? Ich dachte erst, das wäre gar nicht drin. Nein, das war erst unter Kamera gewesen, haben sie jetzt aber dahin geschoben, wo es hingehört. Unter Grafik ist das natürlich verfügbar und das hat, also wurde dann nochmal jetzt überarbeitet und zwar so, dass ihr auch einen immersiven Modus habt, den gab es vorher nicht, wo dann halt der Kompass, die Gesundheitsbalken, die Zeiger für Gegner und so weiter alles ausgeschaltet sind. Also sprich, ein ganz minimalistisches Wii bei euch auf dem Bildschirm ist, so dass ihr auf alle Fälle so viel wie möglich von der Grafikpracht genießen könnt. Das aber natürlich auch nochmal eine extra Schwierigkeit mit dazu bringt, das muss man auf alle Fälle sagen. Dann schauen wir rüber nach Patch 1.11, der jetzt nochmal nachgeschoben wurde. Da ist ganz, ganz wichtig, ich habe es gerade gestern im Livestream gehabt, dass einige auf der PS4 das Problem hatten, dass sie schwarze Balken haben. Das liegt eigentlich daran, wenn in den Grafikeinstellungen der PS4 nicht alles richtig eingestellt ist und das haben sie jetzt so geändert, dass God of War halt die Einstellung in der Grafik im Menü der PS4 einfach ignoriert und euch definitiv einfach sofort Vollbild liefert. Das war also auch ganz, ganz wichtig, wie gesagt, da hatte ich im Stream einige mit dem Problem. Das hat sich jetzt also auf alle Fälle auch erledigt. Ansonsten gab es nur kleinere Bugfixes und Verbesserungen im Gameplay. Trophäen, die eigentlich einwandfrei freigeschaltet wurden, wurden überarbeitet, dass halt da auch die 100% erreicht werden können und so weiter und so fort. Das Schönste, das Schönste, was bald kommen wird, der Fotomodus, der wirklich genial ist, gerade weil man auch die Grimassen von Kratos verändern kann, finde ich wirklich mega geil, inklusive Screenshot im Format für Handys und so weiter und so fort. Also was wir hier im Hintergrund gerade sehen vom Fotomodus, ey, das lässt mich wahnsinnig, wahnsinnig darauf hoffen, dass dieser Fotomodus so bald wie möglich eingebaut werden wird in God of War, denn der ist wirklich Bombe und bei dieser wahnsinnig Grafikpracht, die uns God of War bietet, ne, da will man das Ding am besten gestern haben, sage ich mal. Und gerade momentan, wo man am Zocken ist, wo man so viele geile Momente vielleicht hat, wo man sagt, hey, da will ich jetzt unbedingt einen geilen, geilen Screenshot von haben, da muss der Fotomodus also dringend her. Ich hoffe, dass Santa Monica da genauso schnell wie mit den ersten Patches reagiert, hat auch mit dem Fotomodus den sehr, sehr schnell hinterher schiebt. Wäre auf alle Fälle eine super seine Geschichte und das war es hier erstmal mit den Neuerungen in God of War mit dem Patch 1.10 und 1.11. Ich hoffe, das kleine Video hat euch geholfen und gefallen, wenn dem so war, lasst den Daumen nach oben da, würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt, dann verpasst ihr hier weiter kein neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal, so long, goodbye, keep gaming, euer Goodie. Ich sage bis zum nächsten Mal, so lange, bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Mal.